Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 21.800 US-Dollar. Wir haben die 21.700 US-Dollar kurzfristig geknackt. Heißt für uns, Ineffizienz geschlossen. Erster Plan, erster Mal getriggert worden. Jetzt schauen wir auf jeden Fall, wie es weitergeht. Außerdem gab es ja interessante News gestern um Kraken, beziehungsweise... Ja, man kann es schon ein bisschen als FAD darstellen, beziehungsweise auch ein bisschen lächerlich, wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt. Aber werden wir uns das alles im heutigen Update-Video anschauen. Und doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinscheuen, wenn ihr Bock habt auf Updates oder Sonstiges. Kurze Info, Chainlink-Trade ist jetzt zu knapp 50% oder sogar über 50% hier gemacht nach Entry. Lieber die Profite jetzt setzen lassen, bevor wir jetzt wieder eine Erholung sehen und dann die Prozente schmelzen. Deswegen, Trade ist zu. Glückwunsch an alle, die gestern noch den Trade mitgenommen haben auf dem Video. Und damit würde ich sagen, genug Eigenwerbung gemacht. Momentan traden wir bei ungefähr 21.800 US-Dollar. Wir haben einen leichten Abverkauf gesehen. Für manche war es ein stärkerer Abverkauf. Für mich ganz normale, bullische Korrektur. Das war ja eigentlich unser Mindestziel, was wir schon seit einigen Wochen angesprochen haben. Die 21.600 Short waren wir leider nicht drin. Hat einfach damit zu tun gehabt, die Struktur hat sich meines Erachtens nach einfach nicht ergeben. Dann haben wir ja gestern News von Kraken bekommen. Kraken agreed to shutter US-Crypto-Staking, operations to settle SEC-Chargers. Also ganz ehrlich, meine persönliche Meinung, weil wir gestern schon ein bisschen Diskussionen hatten. Ich finde es ehrlich gesagt absolut lächerlich. Bei FTX hat es keinen interessiert, bei Luna hat es keinen interessiert. Und jetzt kommt sowas bei Kraken, nur weil sie in den USA ansässig sind. Für mich absolut lächerlich. Lächerlich, jede andere Börse oder für mich persönlich schneidet sich die USA ein eigenes Fleisch oder die SEC, weil solche Firmen dann einfach ins Ausland abwandern, von mir aus Dubai oder sonst wo. Oder China, wer weiß, was mit China irgendwann wieder ist. Aber für mich absolut lächerliche Entscheidung. Kraken zahlt hier glaube ich 30 Millionen, was ich gelesen habe. Ja, in den USA wird es so gut wie verboten, sage ich jetzt einfach mal. Da wird in anderen Ländern weiterhin erlaubt. Also man schneidet sich hier wirklich ins eigene Fleisch. Man nimmt hier Milliardeneinnahmen zukünftig und verbaut sich das. Aber gut, das müssen die selber wissen. Für mich ist es jetzt ehrlich gesagt nicht schlimm. Ich stake sowieso gar nichts eigentlich bis auf, ich glaube bei Ledger vielleicht mal irgendwas. Aber ansonsten, ach, scheiß drauf. Scheiß auf solche News. Das war jetzt im Endeffekt nur der Katalysator dafür, dass wir hier einfach endlich die 21.6 endlich mal runtergehen. Haufen Liquidationen waren hier. Wir sehen schon hier auf dem 4-Stunden-Chart die Candle mit enorm viel Volumen, was wir hier wieder bei BingX drin hatten. Wir vergleichen das ganz kurz mal mit Binance, wie es hier aussieht. Auch hier Volumen nicht so krass wie bei BingX. Deswegen immer mal ein bisschen so vergleichen mit Binance, weil hier einfach die meiste Liquidität liegt, meines Erachtens nach. Da sehen wir auch, okay, dieses Low hier bei den 21.653 könnte nochmal kurzfristig gefischt werden. Einfach mit so minimalen Lower Low. Wir haben eine Bullish Divergence auf dem 1-Stunden-Chart. Also wir sind jetzt hier in einer wichtigen Zone angelangt. Darüber haben wir ewig gesprochen. Wir blicken jetzt nochmal kurz auf den BingX-Chart rüber. Da sehen wir dann auch, okay, nächste Zone, die jetzt hier interessant werden könnte, ist dieser Bereich um 22.350 bis hier hoch 22.500 US-Dollar. Diese Long werde ich jetzt erstmal mitnehmen. Wir warten jetzt mal hier da oben auf die Reaktion. Ob wir hier gegebenenfalls den Head shorter nochmal aufmachen oder ob es jetzt war mit der Korrektur. Ich meine, RSI hat auf den 1-Stunden- und 4-Stunden-Chart sehr, sehr gut korrigiert mit eben dieser Bullish Divergence auf dem Daily-Timeframe. Schöne, ugly Red Candle, muss man schon dazu sagen. Also auch auf dem Daily haben wir jetzt die Bestätigung bearish. Aber wie gesagt, unser Level hier wurde jetzt erstmal getroffen mit unserer Demandzone, wo wir schon seit Wochen drüber reden. Deswegen jetzt erstmal hier kurzfristig Long eingestellt. RSI schön korrigiert bei 46. Also wir haben eine schöne Korrektur unter uns. Trotzdem müssen wir uns damit abfinden. Es ist noch möglich, dass wir nochmal ein bisschen tiefer gehen. Also ich habe weiterhin hier diesen Bereich um 21.000 bis 21.200 US-Dollar im Blick momentan. Es wären zumindest jetzt die nächsten Supportsummen, die ich jetzt erstmal sehe. Okay, aber kurzfristig Erholung, auch wenn wir jetzt nochmal ein bisschen tiefer gehen, Erholung bis zumindest hier hoch. Maximal bis zum Golden Pocket bei den 22.800 US-Dollar. Und hier oben in dieser Region wird sich dann einfach entscheiden. Ich möchte dann hier oben bei 22.300 schon den Stop-Loss auf Entry haben und Profite nehmen. Und dann schauen wir mal, ob wir sogar runtergehen in Richtung 18 oder 19 Kader. Da unten werden die nächsten fetten Orders liegen. Und das ist weiterhin für mich, für einen potenziellen Bullenmarkt, einfach das wünschenswerte Szenario. Um einfach auch dieses höhere Tief, darüber sprechen wir auch seit Wochen. Und danach können wir von mir aus zu 30 Kader gehen. Ist mir dann wurscht. Aber momentan erstmal hier kurzfristig Long bis 22.800 US-Dollar. Das ist so die Marke, die ich gerne nochmal von unten testen würde. Brechen wir hier durch, ist es Bullish. Wenn nicht, dann für mich Short-Signal oder Headshort, sage ich mal, mit der Long, die offen ist. Und dann können wir von mir aus Richtung 18, 19 Kader, um das Golden Pocket hier unten zu testen. Nochmal so ein kleines Ding, was jetzt in der Gruppe wieder aufkam. Wartet mal, ich zeige euch das mal ganz kurz, auf was ich hier hinaus will. Dieses Bild. Ganz ehrlich, ich sage euch, wenn wir bei 30 Kader sind, ich habe es gerade schon in die Gruppe geschrieben. Es ging ja jetzt die letzten Tage immer schon ein bisschen rum. Wenn wir bei 30 Kader sind, kommt hier irgendein Wyckoff mit einem höheren Hoch und dann gehen wir nochmal runter. Ich würde nicht viel darauf geben. Guckt euch, tag ich die Charts an. Da habt ihr mehr davon, als irgendwie darauf zu hoffen, dass das wirklich passiert. Klar, es hat jetzt hier gestimmt. Wenn wir jetzt aber hier Richtung 30 Kader gehen, dann sagt auch wieder jemand, oh ja, ich habe es euch ja gesagt. Dieses Bild hat das und das gesagt. Also vertraut es sich unbedingt darauf auch. Ich liege persönlich falsch. Wir haben nicht den Short mitgenommen, muss man auch dazu sagen. Aber lieber in keinen Trade als in den Verlustreichen oder Sonstiges. Deswegen Chainlink, nochmal zur Erinnerung, ist jetzt klipp und klar zu gut Profite gemacht. Da haben wir wenigstens da den Short mitgenommen. Wird jetzt bei Bitcoin oder Chainlink, Chainlink deutlich profitabler, sage ich ganz ehrlich. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. 22,3, 22,8. Diese Region wird für mich entscheidend werden. Kriegen wir hier den Retest. Dann Short-Signal für mich. Dann runter Richtung 18,90 K. Auf jeden Fall im Bereich des Wahrscheinlich-Aber auch das ist nicht bearish. Wenn wir hier dieses höhere Tief reinkriegen mit Bestätigung und höheren Hoch, ist das eine absolute Bestätigung für mich, dass es weiterhin bullisch zu Gangen geht. Ansonsten müssen wir uns andere Gedanken machen. Aber das meine ich damit. Lasst euch nicht verunsichern von irgendwelchen Bildchen, die im Umlauf sind. Sie werden irgendwann in der Vergangenheit zugetroffen haben. Sie könnten auch jetzt wieder zutreffen. Aber eventuell vergebt ihr Chancen, wenn ihr nur noch solchen Bildchen tradet. Nur das ist meine Meinung dazu, aber ist nur mein Ratschlag. Gut, blickt mal rüber zu Ethereum. Auch hier schöner Abverkauf, Trend gebrochen. Endgültig jetzt. Also das Thema ist jetzt auch erstmal durch. Wir haben Trendbruch gesehen. Heißt für uns, wer die Videos die letzten Tage gesehen hat, ab sofort wird hier ein bisschen short-orientierter wahrscheinlich sein. Wir blicken mal ganz kurz hier auf das FIP-Level. Erster Bereich wäre hier oben die 1.601. Ist mir aber ein bisschen zu niedrig, sogar auch wenn hier das GP ist. Eventuell hier die 1.611. Ineffizienz shorten bis 1.626. Das sind so die Level, die ich gerne im Auge behalten würde für einen potenziellen Short. Long tue ich mir hier ehrlich gesagt schwerer als bei Bitcoin. Bitcoin gibt mir wenigstens Signal. Okay, Ineffizienz geschlossen. Supportzone durch die Demand und sowas passt mir deutlich besser. Ethereum sind wir noch ein gutes Stück entfernt. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. 1440 wäre so die erste Area, wo ich über einen Long nachdenken würde. Das heißt auch hier lassen wir lieber die Chance verstreichen, weil das Risiko zu hoch ist für einen Long. Dann lieber BTC, wo das Bild ein bisschen klarer ist. Ansonsten 1440 ist so die nächste Region, wo ich Ethereum bearish sehen würde. Ansonsten kriegen wir hier möglicherweise schon einen Boden rein. Dann auf jeden Fall to the moon. Nicht Spaß, aber da müssen wir jetzt auch erstmal gucken. Also für mich momentan spricht jetzt auch nichts dafür, dass Ethereum zumindest schon mal seinen Boden gefunden hat. BTC ein bisschen klarer, deswegen da der Trade bei Ethereum erstmal nada machen. Können wir nämlich auch hier ganz ehrlich sagen, wir sind hier in einer großen Seitwärtsphase. Klar mit einem Lower Low, aber Seitwärtsphase überwiegt. Ich würde gerne trotzdem einfach diese Chance hier unten bei den 1440 nutzen, beziehungsweise ich möchte diese illiquide Zone mit Liquidität gefüllt haben. Heißt hier hoch, irgendwo in diesem Bereich zwischen 1610 und 1620. Gleiches Spiel wie bei Bitcoin. Lower High und dann möchte ich hier runter 1440 bis maximal 1370, wo das Golden Pocket auf uns wartet. Die 1370 sehe ich dann aber auch erst, wenn Bitcoin Richtung 18, 19k geht, falls da Ethereum überhaupt mitzieht oder sogar noch tiefer geht. Also ich weiß nicht, Ethereum ist die letzten Wochen deutlich schwerer zu traden, weil sich Ethereum nicht an BTC hält und macht, was es will. Deswegen vielleicht mal Ethereum ein bisschen außer Sicht nehmen, würde ich sagen. Und dafür eher auf Bitcoin oder Sonstiges konzentrieren. Ansonsten der Markt ein bisschen erholt, so von den Abverkäufen von gestern war jetzt nicht so dramatisch. Trotzdem einiges grün, alles bisher nicht so schlimm. Nächste Woche soll nochmal eine kleine SEC-Ankündigung sein, was man so gehört hat, zumindest rumort ist und da soll dann wieder Ripple im Gespräch sein. Da gehen wir später mal im XRP-Video drauf auf. Ansonsten ganz kurz zu den News, die ich mal wieder nicht aktualisiert habe. Sorry. Gibt es keine momentanen, keine aktuellen. Gut, perfekt für mich, da habe ich nichts falsch gemacht. Später kommt dann noch das Steuer-Video online, also gerne anschauen. Würde ich mich auf jeden Fall riesig dann über ein Like und Abo freuen, weil das war echt eine Menge Arbeit. Hab das dann nochmal durchgeschnitten und sowas, also gerne anschauen. Kommt dann heute Nachmittag online. Und dann würde ich sagen, was ist von meiner Seite? Gerne Like da lassen, Abo da lassen und mich würde mal eure Meinung interessieren. Seid ihr jetzt dafür, dass wir Richtung 18, 19k gehen, Golden Pocket treffen? Oder sagt ihr, okay, sinnvolle Korrektur, die wir jetzt gerade gemacht haben, höheres Tief könnte jetzt schon ausreichen und wir gehen hoch. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ansonsten Like da lassen, Abo da lassen, gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinscheuen. Das war es von mir, wir hören uns später wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.